Ich zeige euch jetzt, wie ich meine Augenbrauen mache, wenn ich gerade keine Augenbrauen habe. Und es soll aber so aussehen, als hätte ich Augenbrauen. Ich starte mit so einem Stift und mit dem male ich so ganz viele Härchen auf. Unten ziehe ich eine Linie. Das sieht ja eigentlich so auch schon ganz okay aus. Aber mein Geheimtipp ist so ein Augenbrauen-Pen. Also so wie ein Eyeliner, aber für die Augenbrauen. Und mit dem kann man so richtig dünne Linien malen. Kleine Nachnahme, aber damit ihr seht, was ich meine. Ich finde nämlich, das sieht einfach nochmal ein bisschen besser aus als das hier. Also einfach ganz viele dünne Linien malen, so wie Härchen. Das muss doch gar nicht perfekt sein. Und das war's. Ziemlich cool, oder?